Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem U-Batterien-Freshen und Knackigen-Kanal, den ihr euch schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist Peter und heute reagieren wir auf Black061 und YND Soldier. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Produziert wurde das Ganze von MasonX bei Icon2. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wurde auf jeden Fall einige Male kommentiert, dass wir darauf reagieren sollen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt gleich hier erwartet, weil auch in die Kommentare geschrieben wurde, dass eine Reaction von uns darauf ganz lustig sein könnte. Dementsprechend bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was jetzt gleich hier kommt. Und Freunde, bevor wir reingehen, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung und in unserem Shop 4EYClub.com. Der Link ist in der Beschreibung. Findet ihr aktuell 30% auf unsere ganzen Klamotten und checkt den Shop gerne ab, Freunde. Wir haben freshe Pieces auf jeden Fall noch da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt ins Video. Let's go! Also die Jungs scheinen auf jeden Fall noch sehr jung zu sein, ne? Ja, safe. So, sieht man den auf jeden Fall an. Ich schätze mal so, keine Ahnung, der Linke 13, der Linke 13, der andere vielleicht 10, 11, 9 so. Sehr jung. Ja, safe. Sehr jung. Okay, gucken wir mal. Aber der vordere performt schon wie ein großer, muss man sagen, ne? Ja, ne? Die haben beide Bock am Mike, als auch die Adlibs in Hitte und YND. Ja, stark. Die sind sich voll selbstbewusst, Digga. Nice. Okay, let's go. Gang, 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 gang. Gang, yeah, 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 gang, I don't have no heart, I don't have no heart, I only have a stone, if it n****, disrespect out, tingles, buckets, smashes. Ey, ich find sein Englisch gut. Also, also, sein Aussprache ist clean. Also, sehr, sehr verständlich auch. Ich kann das nicht beurteilen. Ne, ne, also, ich hör ja auch so UK Rap und so. Und das kann man damit vergleichen auf jeden Fall. Echt? Ja, ja, safe. Also, sein Englisch ist richtig gut. Okay, nice. Okay, gucken wir mal. Let's go. Aus Maches Bonn, äh, aus Maches Bonn, Gang, aus Maches Bonn, Gang, gang. Was, du schöne Ladinner? Ich komme vorbei, wenn die Jungs am 9er und mehr da frei. Was? Was? Schieb keine Filme, Mulatte, sag die Sache, dann ist geregelt, Mulatte. Schieb keine Filme, Mulatte, sag die Sache, dann ist geregelt, Mulatte. Schieb keine Filme, Mulatte, Bruder. Wie, Alter, also, das kam unerwartet, dass der Kleine jetzt hier losrappt, Alter. Äh, man muss sagen, da muss natürlich noch, das muss natürlich noch reifen und so weiter, aber ich glaube, die Jungs könnten so in zwei, drei Jahren vielleicht, vielleicht was reißen, Alter, ne? So schlecht sind die gar nicht, Alter, vor allem für das, Alter, die sind jetzt schon voll selbstbewusst, Alter, die performen stark, ne? Spielt man in dem Alter nicht fort, ne? Ja, so. Voila. Krass, Alter. Kam so unerwartet, ne? Ja, der hat Potenzial. Aber ey, das kommt mir gerade voll bekannt vor von dem kleinen, gab es davon nicht einen TikTok-Sound oder einen TikTok-Meme oder so? Boah, ich habe keine Ahnung. Mit diesem Sound, wo der kleine Junge rappt? Das kommt mir so bekannt vor, ne, aus irgendwelchen Memes oder so? Ich weiß nicht. Gucken wir mal weiter. Der Bruder war auch bei Champions League, bei Scorpion Bars 1, ne? Fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ich habe Champions League 1 nicht geguckt. Doch, 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 doch. Der war auch bei Summer Jam Scorpion Bars 1. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was voll traurig ist. Wir haben ja letztes Icon, gab es ja diese eine Truppe, wo diese drei Leute drin waren. Oceans 11. Oceans 11, ne? Die Digger, die zwei daneben haben diesen Einstieg so verkackt und als Gruppe waren, also hat einfach nicht geklappt. Und die zwei schaffen es, die Adlibs vernünftig in den richtigen Momenten einzusetzen und sich nicht so zu kreuzen, sag ich mal, weißt du? Im Weg zu stehen, ja, genau, ja. Also die schaffen es eher als Leute, die vielleicht... Ja, vor allem, die sind viel jünger, Alter. Das, darauf bin ich hinaus. Ja, aber die einen haben es drauf, die anderen nicht. Weißt du, was ich meine? Denen liegt es halt im Blut, ne? Geil, Alter. Der kam richtig geil. Bruder, höre ich auch das erste Mal in dem Song, ne? Das war mal zu. Ah, nee. Das war noch mal zu. Warte. Ah, das war jetzt so. Ja, richtig geil, Alter. I thought you were my friend, nah, but you just a hater, I'm unrugged like a skater, I hurt your bitch like a player, I slay a demon slayer, I got to kill the mobs, it's in the nature, wish. It's in the nature, I'm a motherfucking sergeant, I want the paper to spare it in the way, and to take that wish, wish. I don't have no heart, I don't have no heart, I only have a stone, if the... I swear, ich finde die beiden so süß, ne? Also, da kann man eigentlich keinen Hate aussprechen, ne? Safe nicht. Also, die sind wirklich beide super gut, auch für das Alter, ne? Du kannst jetzt natürlich mich vergleichen mit den Künstlern, die wir sonst vergleichen, aber ich finde es süß, ne? So, ist es gut. Ist cool. Ne? Voilà, ist ne coole Kombo auf jeden Fall, ich hörste die gerne an. Die haben Bock. Ja, macht gute Laune, die performen gut. Ja, vielleicht kann das ja in 5 Jahren oder sowas werden, wenn die so 18, 17 Jahre alt sind. Selbst, dranbleiben, weitermachen und dann kann das vielleicht was werden, auf jeden Fall. Aus manches Bonn Gang, aus manches Bonn Gang, aus manches Bonn Gang, ich bin kein Gangster, aber habe die Bars, einfach das Wort und ich breche den Kibar, ich bleibe da, wenn es hart auf Pott kommt, denn Mumia sieht wieder an der Acker. Ich bin kein Gangster, doch ich habe die Bars, ich brech dir dein was? Der hat eigentlich, ich muss sagen, der kleine Bars, der hat eigentlich, ich muss sagen, der kleine Bars, der hat da gute Texte, Bruder, what the fuck, Digga? Ich will ihn sein Ghostwriter kennenlernen, Bruder. Was geht denn hier ab, Alter? Hör mal zu. Bonn Gang, aus letztes Bonn Gang, ich bin kein Gangster, aber habe die Bars, einfach das Wort und ich breche den Kibar, ich bleibe da, wenn es hart auf Pott kommt, denn Mumia sieht mehr an der Acker im Black, ich bin immer der Gletsche, ich habe viele Freunde, viele dürfen Falsche, ich weiß, viele dürfen Falsche, viele dürfen Falsche. Es ist natürlich bei ihm so ein bisschen undeutlich an manchen Stellen, ich glaube, ihm geht die Pust aus, es ist normal, er ist jung, ne, so. Ey, aber ich sage dir ehrlich, seine Lyrics für sein Alter ist mega, ich glaube, als ich zehn war, mein Wortschatz war, glaube ich, zu vergleichen mit dem Wortschatz, als ich zwei war. Tschüss, ne? Ja, also, so übertrieben gesagt, aber du bist an sich wein, so, weißt du, so, voll wenig. Ja, ne, für sein Alter hat er schon geile Lyrics, so. Auf jeden Fall, beide. Ich finde den mega. Beide machen auf jeden Fall einen relativ jungen Eindruck, auf jeden Fall, der Rechte natürlich mehr als der Linke, ne, aber für das Alter ist das gut. Richtig. Für das Alter, so. I don't have no heart, I don't have no heart, I only have a stone, if a dick, disrespect I'll take his back and smash his bone, I'll smash his bone, I'll smash his bone, gang, I'll smash his bone, I'll smash his bone, I'll smash his bone, I'll smash his bone. Haha, YND, ich spiele nicht wie YND, Mann. Bumberclowns. Bumberklasse. Ja, nicer Auftritt auf jeden Fall von den Jungs. Fresh auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Man muss sagen, man hatte wirklich lustig, das bis zum Ende anzugucken, ne? Ja, freut mich auch, dass die so Spaß hatten, Alter. Also, da merkt man, die machen das aus Leidenschaft, so, die haben richtig Bock. Ja, safe. Und das Ding ist hier auch bei 1,2 Millionen aufrufen, Digga. Ist krass. Das ist echt stark. Ist echt stark, Alter. Also, das letzte, was 1,2 Miller hatte, war, glaube ich, das mit Django und Biggie, ne? Django, Biggie, Dino, Jinjutsu, hatte auch viele Aufrufe. Django. Ja, ja. Aber gibt jetzt nicht so viele, die so viele aufrufen haben. Richtig, so, und das ist schon krass, dann. Auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Kommentiert weiterhin gerne ein paar Sachen, worauf wir weiterhin reagieren sollen. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Lektar, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall über Trieben freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Outro